Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test ist der Jade Drache von Agento dran. Wir haben hier Kaliber 20 mm, 25 Schuss, 210 Gramm NIM und eine Effekthöhe von 25 Meter. Effektdauer angeblich 24 Sekunden. Die Batterie hat auch eine Ersatzschnur, falls es euch interessiert. Wie gesagt, ist der Jade Drache in Kategorie F2 eingestuft und ein bisschen dreckig. Wie gesagt, Agento ist ja eine Nebenmarke von Funke. Hersteller ist natürlich Funke Fireworks China Limited Hong Kong. So, preislich gesehen 9,95 und ich habe die Effekte mir auch nicht angeguckt. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns an, was der kleine Jade Drache so drauf hat. Also, bis gleich draußen. So Freunde, wir machen jetzt den Jade Drachen. Und wer die Goldmarie nicht verpassen möchte, der lässt schon mal ein Abo da. Den seht ihr auch irgendwann mal die Gold machen. So, jetzt aber heute erstmal der Jade Drache an. Wow. Der Schluss war fast salutartig. Und auch hier ist die Batterie wieder umgekippt. Naja, war beim letzten Schuss, ist nicht so schlimm. So Freunde, bis zum nächsten Mal.